Warum auch nicht? Oh, die Musik finde ich mal geil. Ja, Alter, ich bin doch gra... Ein Pandir. Ich expandiere mal. Ahahaha. Alter, die Hütze wird auch mal schlechter. Nein. Ja, genau, dann erst mal Volltreffer. Behindertes Pannen hier. Aber macht das immer Volltreffer oder was? Was soll denn das? Jetzt mach ich auch mal einen Volltreffer hier. Blödes Vieh. Obwohl, eigentlich hätte ich es mal fangen können, ne? Jetzt kann ich schon wieder zu der alten Erde. Das gibt es doch nicht. Da habe ich ja nur wirklich keinen Bock drauf. Und ihr wahrscheinlich auch nicht. Eine Fresse. Und so... Also ich hab's noch nicht so unfassbar. Und sehr, richtig. Und so genąd. Und so genuncht. Und so genauen. 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 Ruduner 13, Ruduner 11... Okay. Schon wieder ein Pandir, Alter. Doch, auch musst du spammen. Das ist ekelhaft. 170 EP, das bringt doch hier nix. 0 bringt das hier an. Alter! Ja 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 ja! Ja, ja ja ja. Der hat das hier an. Das ist schon mal gut. Bitte sei nicht effektiv. Und sogar noch Tackle hinterherberatzen. Oh, gut. Weil ich will das da fangen. Ja, ist effektiv, ist gut. Nein, ist nicht gut. Oh, Pokéball ist falsch. Kommt da nicht ins Team. Kann auf dem PC versauern. Eigentlich total gemein. Man fängt ein Pokémon, das ist auf dem PC versauert. Ja. Ein Pumppanda. Der Panda kommt wohl auf den Punkt. Ah. Da sein Punktmuster stets unterschiedlich ist, kann man es dadurch unterscheiden. Sein wankender Gang erschwert es, dem Gegner es zu treffen. Naja. Nein. Dann kann man wie sein Pokémon auch schon trainieren. Es macht Spaß, durch die Vulkanasche zu laufen. Über Boden und Gras. Du kannst genau erkennen, wo du herumgelaufen bist. Total klasse. Wow, hätte ich nie gewusst. Moin. Rate mal, warum es hier draußen so kühl ist. Nein, aber... Du wirst mir es sicher gleich sagen. Teenager Eike. Knackt, Leon. Wird Teenager Eike in den Kampf geschickt. Oder in den Kampf geschickt. Das ist bestimmt beknackt. Hahaha. Ich muss das unbedingt mal aufladen, wenn es ehrlich ist. Ich bin jäbische Eike in den Kampf geschickt. Zei einfach hier. Puh, ey, was stinkt denn? Ja, dein Schritt stinkt, weil du die Beine auseinander hast. Mach die Beine zu. Ekelhaft. Sag mir doch mal. Die Vulkanasche lässt die Sonnenstrahl nicht durch, es bleibt kalt. Ich finde das angenehm. Ich mag Hitze nicht. Boah, schon. Ist das dein Ernst? Wahrscheinlich schon. Wurde besiehnt. Yay, Level 18. 19GP. Yay, Level 28. Alter, so overpowered. Ein Äther. Maaaann. Ein Schneckmack. Das ist schon mal ganz gut. Das ist aber effektiv. Nimm dies. Ich habe das schon vorher abgenommen und das ist mir zu hässlich. Das wäre mir zu hässlich. Na gut, Kamau ist jetzt auch nicht die Ausgebote der Schönheit, aber... Es ist wenigstens... Im Anführungsstrichen schöner als das Schneckmack. Alter. Da muss ich auch mal trainieren. Na Alter, was hast du mir zu sagen? Da brauchst du einen Kamau? Ja toll, dann kann ich ja schon wieder... Dann kann ich ja meinen Beppo wieder trainieren. Ich kann meine Beppo trainieren. Bitteschön. einmal Wasch zum Mitnehmen. Schirmdame Saskia. Och nö. Das ist doch blöd. Wo hat die denn Sonnenschirm, Alter? Wo will die denn Sonnenschirm haben? Wie blöd. Kein Bock. Ich hab gesagt, kein Bock. Wieso fluchtunmöglich? Blöde Scheißvieh. Sorry, dass ich jetzt geschrien habe. Nein. Flucht unmöglich. Mann, dreck mich das auf. Wenn ich keinen Bock drauf habe, hab ich keinen Bock drauf. Meine Fresse. Toll, für Top 8 habe ich den ganzen Scheiß, habe ich mich hier aufregen müssen. So, die rennen. Ernst? Gibt's doch nicht. Boah. Reg mich dann auf. Ja, zwei Pandjes oder was? Was? Oh, der war so trick. Reg mich auf. Be 98, wird so etwas anders. Oh, der war so. Tod. So, wie gut. Also, was die den Trickle-Ball? Oh, der war so richtig. Oder sich nicht mehr mit. Verkauf es nicht mehr. Oh, ich sehe mich auf. Stoppast, ich sehe mich auf. Du hast dein Kamasen. Wow. Also, ich sehe mich, dass ich nicht mehr mit den Schirmasen kann. Also, ich sehe mich auf. Und sage mich auf. Ich kann mich nicht mehr mit den Schirmasen. Ist ein Freundes, aber das ist alles für mich zusammen. Ich bin Klingt. So geht's wieder Malwufo City? Malwufo City? Alter, es kann doch nicht sein Ernst sein, dass ich da jetzt den ganzen Weg wieder zurück... Egal. Ist mir egal jetzt. Da renne ich so wieder hin. Wir sehen uns wenn ich wieder da bin, Leute. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Mann, ey. Sorry, dass es mich so ankotzt, aber Alter. Ja genau, beim ersten Schritt, ganz ehrlich. Ah, Mann. Der Monty ist doch, Mann. Blöde... Warte, ich bin so demotiviert, ey. Ganz ehrlich. Löse direkt hier. Meine Fresse, ey. Gibt's doch nicht. Das ist so scheiße, so ekelhaft, Mann. So blöd. Ich wollte zwar trainieren, aber nicht so. Das ist langweilig. Mann, das ist so widerlich, ey. Ganz ehrlich. Jetzt muss ich gar so scheiße umrum machen, ja. Jetzt muss ich gar so scheiße umrum machen, ja. Und ja, ich weiß, wir können Schutz etc. einsetzen, aber ich hab da jetzt keinen Bock zu. Mann, das ist doch blöd. Ist schon eine wundersame Sache. Nimm zum Beispiel diese Vulkanasche. Kann man Glas draus machen, ja. Wow. Was will der Alte denn rum? Es macht Spaß, das Glas zu einer Flöte zu blasen. Oder die Flöte meines Vaters. Hahaha. Alter, das will ich gar nicht wissen. Na, Pedo, was geht? Diese Region ist mit Vulkanasche bedeckt. Ich habe ein besonderes Talent. Ich mache aus der Asche Glas und stelle daraus Items her. Hiermit kannst du Asche sammeln. Eine Aschetasse. Nimm diese Aschetasche und lauf durch die Asche. Damit füllst du die Aschetasche mit Asche. Hahaha. Wenn du meinst, du hast genug gesammelt. Komm zu mir. Hahaha. Alter. Wie sieht's jetzt teuer aus? Kaputt machen. Kann ich auch mal meine Pokémon heilen? Das wäre mir sehr wichtig. Wichtig. Ist das dein Ernst? Ich habe keinen Bock mehr auf die Viecher. Ganz ehrlich. So. Ich hasse das. Das mache ich gleich. die komischen Trainer da. So. Hat der hier. Was ist los? Was ist los? Ich habe eine zielichtige Gestalt aus dem Labor von Professor Kosmo flitzen sehen. Oh, ein Fußball. Ich trete ihn mal. Ich. Tor. 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 Schau mal. Guck doch mal. Das ist mein süßes Azul. Es ist glatt, weich und plüschig. Wie ein Fußball. Naja. Find ich da nicht irgendwo ein Nugget? Ich weiß es gar nicht. Da drinnen. Ich habe eine Arena von Bad Lava Stadt. Worum ist das? Was ist das? Ja. Der Rühmte ist ein Topf hier der Pokémon Liga. Mich kann nicht wundern, wenn Flavia eben was großer Trainer wird. Ist das etwa ein Feuer? Ist das etwa eine Feuerleiterin? Also eine Arena Leiterin, die Feuer beherrscht? Ich habe einen Nugget gefunden. Yay. Bad Lava Stadt. Ich werde jetzt mal die anderen herausfordern, wenn ich geheilt habe ich die ja, ne? Jupp. So, dann mal los hier, ne? Die Wärme hier macht mich ganz schläfrig. Kämpf mit mir, sonst schlafe ich noch einen. Ja, ich bin auch müde. Ich kann deinen Frust heilen. Mit diesen Flügeln fäge ich dich vom Platz. Yes. Ficknicker Christa und Vogelfänger Laurens möchten kämpfen. Meryl, ein Fußball wird vom Ficknicker Christa in den Kampf geschickt. Panzerron wird vom Vogelfänger Laurens in den Kampf geschickt. Meryl. Ich weiß nicht, ob das effektiv ist, aber eigentlich schon. Winterling. Meryl. Meryl. Yo. Sehr effektiv. Walzer. Meryl. 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 Der Fußball ist besiegt. Yay, 19. Intensität. Intensität ist auch gut. Obwohl das eigentlich Kleinstände schon hat. Lombrero. Ja, das war ja schon. Obwohl Lombrero ist Level 19. Wird schwierig. Ah, ne, sind ja beide Level 19. 25. Lehm Sula. Nein, du wirst jetzt nicht Lehm Sula lernen. 2-4-Fee. Schwalboss. Mal umgedreht. Das ist schon mal super. Wieso mal gut oder was? Zack. Sehr effektiv. 3-8-20. Oh, jeder. Was soll's? Wir wissen's. Zombies. 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 So, weg ist er. 226 EP, Picknicker Christer und Vogelfänger Lawrence sind besiegt. Wir sind ja wieder im Spookmon Center, Alter. Ja, was? Das denke ich mir auch gerade, dass schon wieder Spookmon Center muss. Der Vulkanausbruch ist der einzige Beweis, dass die Erde lebt. Und Nummer 5 auch. Nummer 5 lebt auch. Das dürfte effektiv sein. Nicht? Das ist so ein Typ Stahlboden. Was? Was geht? Alter. Ist doch mal gut hier. So. Was geht? Level 20. Das ist schon mal gut. Auf die eine oder andere Weise? Ich trete gleich in den Arsch. Und zwar mit Anlauf. So, dass er Fuß stecken bleibt. Jetzt kann ich hier schon wieder rein, Alter. Ich will mein Geld ungern für Tränke ausgeben. Auch wenn ich genug dabei habe, ne? Aber ich spare immer gerne. Das hat man wahrscheinlich schon gemerkt. Oh, ein Innigo. Warte mal, kann ich das... Ach, geht nicht. Das ist so blöd. Nein, eben nicht. Ah, eigentlich habe ich ja genug, ne? Ich hole mir noch ein paar Supertränke. So. 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 Aber einfach genug. So. Einen Super Schutz. Kann ich auch gerne mitnehmen. Nein! Alter! Hallo Frust, Mega-Blocken. Superbälle wäre schon mal nicht schlecht. Ich habe zwei Superbälle in der Hose. Vielleicht habe er jetzt acht Stück noch.